Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Wird ein relativ kurzes Update, sage ich schon mal gleich dazu. Weiß ich nicht wirklich viel am Chart getan, hat trotzdem ein bisschen was hat sich getan. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden nochmal ein bisschen auf die News gucken, die jetzt dann um 11 Uhr und heute Nachmittag nochmal ein bisschen auf uns zukommen. Es ist Mittwoch, wir haben schon wieder die Hälfte der Woche rum. Und ja, wir haben noch nicht wirklich sonderlich viel Bewegung auch an den normalen Indizes gesehen. Auch da werden wir mal ganz kurz drauf blicken. Doch bevor wir starten Freunde, lasst dem Video wie immer gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist dazu immer in der Videobeschreibung. Und weiterhin gilt, wenn ihr euch bei BingX anmeldet, kriegt ihr einerseits bei 100 USDT Einzahlungen 50 USDT als Free Trades. Und habt weiterhin die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen, um ein dickes Merch-Paket zu gewinnen. So, und damit genug gesagt, Bitcoin momentan bei 28.600, 28.700 USD. Wir sehen, wir sind so mittendrin, so im Nirgendwo. Wir haben gestern darüber gesprochen, früh, was sich weiterhin eher davon ausgeht, dass wir uns diesen Bereich hier unten holen, um 27.200 bis maximal 27.000 USD. Das steht auch weiterhin. Das Einzige, was mich jetzt eben gerade ein bisschen stört, ist, dass wir uns immer weiter hin, nach oben hin versuchen, diesen Wig zu füllen. Und wenn wir uns jetzt mal das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, Golden Pocket würde nach derzeitigen Stand bei 28.100 bis 27.900 USD liegen. Würde einigermaßen passen. Als Retest gefällt mir aber ehrlich gesagt trotzdem immer nicht so gut. Und unser FIP-Level, wo wir gestern darüber gesprochen haben, mit Schlusskurs, liegt jetzt ungefähr bei 27.600 USD. Also das heißt für uns, wir müssen den Plan so langsam aber sicher möglicherweise ein bisschen nach oben verschieben. Mir gefällt eben dieser ganze Weg sowieso, ehrlich gesagt, nicht durch diesen Wig ist das alles ein bisschen, ja, ein bisschen verschoben, kann man ehrlicherweise sagen. Weil wir im Endeffekt hier oben massig an Liquidität haben. Hier oben haben wir eine Menge Shorts eröffnet, hier oben wurden eine Menge Shorts natürlich liquidiert. Aber wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass hier oben einfach sehr, sehr viel Short-Liquidität bereich liegt. Es würde mich ehrlich gesagt jetzt nicht wundern, wenn wir hier jetzt nicht mehr runterkommen. Auch wenn es mein primäres Ziel ist derzeit einfach, dass wir uns die Liquidität hier unten holen und dann mit einem Doppeltop im Endeffekt erst den, in Anführungszeichen, Crash kriegen. Wenn wir jetzt im Endeffekt gleich nach oben hin ballern, wir ziehen uns trotzdem mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief zu unserem Hoch. Und schauen dann einfach mal, also wie gesagt, hier das Golden Pocket würde da liegen und nach oben hin den Widerstand müssen wir uns jetzt auch mal ganz kurz auserkoren, bis wohin es gehen könnte. Da müssen wir jetzt einfach von unserem, ja, wir müssen es eigentlich von hier anziehen. Sehen wir, okay, 29.3, 29.5, das ist so momentan Maximumziel. Kann man hier Short gehen? Grundsätzlich ja. Ja, wir haben das Golden Pocket da vor der Nase, das Problem ist einfach der Wig und sollten wir hier im Endeffekt ein Short reingehen, ich sehe das selber, es sind 4%, es ist einfach viel zu viel. Und dieser Wig macht momentan mir einerseits die TA schwer und natürlich auch irgendwelche Entries hier zu finden, weil das Risiko einfach sehr, sehr schwer abzuschätzen ist, meiner Meinung nach. Grundsätzlich, wie gesagt, werden wir diesen Wig früher oder später füllen, das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Aber wie gesagt, besser wäre es eigentlich nach unten die Liquidität zu holen bei 27.2. Von mir aus auch jetzt 27.5 wegen dem Golden Pocketer und dann im Endeffekt ein schönes Doppeltop zu bilden und dann hier gleichzeitig noch das Head & Shoulders Chartpattern weiter auszufüllen und dann im Endeffekt die Kehrtwende zu sehen. Das ist erstmal so grob, wie gesagt, es hat sich hier wenig verändert im Gegensatz zu gestern, auch auf einem 1-Stunden-Timeframe. Wir haben eine Bearish Divergence, das ist klar, die Frage ist nur, wie sehr juckt das Bitcoin? Also das hat man ja hier im Endeffekt auch schon, dann die Seitwärtsphase mit einem neuen Hoch. RSI würde ich jetzt derzeit nicht als stärksten Indikator sehen, vor allem, weil wir hier einfach noch diesen immens großen Wig einfach haben mit sehr, sehr vielen Short-Positionen, mit sehr, sehr vielen möglicherweise auch noch Long-Positionen, die da drin liegen. Risiko ist einfach zu hoch. Gehen wir mal zu den Newsletter. Was steht an? Um 11 Uhr in der Eurozone Verbraucherpreise, Kernrate, also das könnte noch sehr, sehr interessant werden, wie es im Endeffekt in der EU weitergeht. Wir schauen uns mal ganz kurz die Prognose an. Also Prognose für die Kernrate September 0,2 Prozent, erinnert ein bisschen an die USA. Die Verbraucherpreis-Kernrate generell 4,5 Prozent, also deutlicher Rückgang wird hier erwartet. Und ansonsten tut sich in den USA auch relativ wenig. Nur die Baugenehmigung, auf die wir ein bisschen mal ein Auge blicken können. Aber wie gesagt, das können wir uns dann alles heute Abend noch im Livestream angucken. Heute Abend wie immer um 19 Uhr live auf YouTube. Gerne dabei sein, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten ganz kurzer Blick nochmal auf die US-Mailaktivität dort aus derzeit. Wer sich an den Wochenausblick erinnern kann, wir haben auch hier im Endeffekt das gleiche Szenario so drüber gesprochen, wie ich es jetzt aber auch bei Bitcoin derzeit sehe, dass wir erst nochmal runtergehen. Ist nicht bisher so gekommen. Deswegen nächstes Ziel ist hier oben das Golden Pocket. Die Short-Position haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen beim Dow Jones. Die ist noch intakt, sage ich jetzt einfach mal. Die XY ans Golden Pocket rangekommen. Wir sehen hier die erste Gegenreaktion. Das war die Variante B im Endeffekt. Mal schauen, wie tief es da noch runter geht. SPX auch kurz vorm Golden Pocket. Also hier werde ich wahrscheinlich deutlich eher wieder in irgendwelche Positionen reingehen. Ich hoffe heute im Laufe des Tages mit zwei Short-Positionen, weil ich denke, der Die XY wird sich dann früher oder später auch nochmal erholen. Und ansonsten Gold weiter auf den Vormarsch. Gold Pump hat gar keinen Bock zu korrigieren. Wir wissen Nahost weiterhin in Anführungszeichen Krise, wenn das das richtige Wort dafür ist, was sich ein bisschen weiter aufbaut. Ansonsten tut sich hier sehr, sehr wenig. Wir kommen jetzt hier nur in diesen Widerstandsbereich bei 1.946. Der könnte ein bisschen interessant werden. Da haben wir auch im Wochenausblick drüber gesprochen. Wir haben eine Bearish-Therberchance auf einen 1-Stunden-Chart, auf einen 4-Stunden-Chart im Endeffekt das gleiche. Also ein bisschen Push ist noch drin. Seit ich jetzt mal so bis 1.946 bis knapp 1.955 kann man eine kleine Short-Position meiner Meinung nach hier eröffnen. Risiko an der ganzen Sache ist, ihr seht den 4-Stunden-Close über dem letzten 4-Stunden-Close. Das heißt extrem bullisch. Da ist Momentum hinten dran. Muss man ein bisschen abwägen. Aber wie gesagt, da werde ich euch nochmal Bescheid sagen, im Laufe des Tages Short-Positionen hier oben dann sehr, sehr wahrscheinlich zu triggern. Ansonsten, wie gesagt, Dow Jones, SPX, müssen wir einfach noch warten, ob die Orders getriggert werden. Und ansonsten tut sich derzeit sehr, sehr wenig. Euro, Schweizer Franken, noch sehr, sehr weit weg. Und wo ist der Euro? Euro, Euro, Euro. Den normalen Euro-Chart wollte ich auch noch. Ja, auch hier im Endeffekt Order nicht abgeholt. Er wollte die Liquidität nicht mehr und versuchte jetzt hier eine leichte Trendwende nach oben hin zu machen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz im Auge behalten. Für einen bullischen Case beim Euro-US-Dollar wurden wir hier schon am Golden Pocket rejected. Trotzdem die Möglichkeit, dass wir hier hochgehen Richtung 1,06 Euro ist noch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall drinnen, weil wir hier oben noch die Ineffizienz liegen haben. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr ruhige Woche bisher. Komischerweise wundert mich. Warten wir jetzt erstmal ab. Wie gesagt, was Bitcoin jetzt noch die nächsten Stunden macht, wie weit wir hochgehen, ob wir wirklich mal unsere Korrektur gehen. Short, ganz ehrlich, für mich überhaupt nicht in Frage. Auch nicht auf dem 4-Stunden-Timeframe. Es ist einfach alles momentan eigentlich zu riskant, hier irgendwie noch Long-Positionen aufzubauen. Einfach abwarten. Gut, ansonsten hören wir uns heute Abend um 19 Uhr wie immer auf YouTube gerne wieder zum Livestream. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ist jetzt auch ein bisschen länger geworden als gedacht. Und ja, wir hören uns dann heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.